Applaus Sehr schön, nahezu in der Zeit ausgezeichnet. Ich habe zum Abschluss noch eine kleine Übung, ich weiß nicht, ob der Herr Spitzer die kennt. Wir haben ja eine Partnerveranstaltung, wir haben uns das Gehirn besprochen. Und was Herr Spitzer sicherlich bestätigt wird, ist, dass, ah, die Junger ist das Thema Gehirngefahr, aber es gibt aber auch die Anrichtung, es ist ja nicht so, dass man 50 Jahre vorstandslos ist, Sie machen es ja auch weiter. Jetzt machen wir gemeinsam eine Übung, die er gar nicht kennt, oder Sie kennen sie vielleicht, sagen Sie uns mal ganz schön, guten Tag. Kennen Sie ihn? Einmal guten Tag. Sie sehen mal zu, dass Sie einen in die Hand kriegen. Sie sagen mal, hier machen Sie mal die Hand, machen Sie mal. Das können wir alle, das ist die gewohnte Seite, das können wir. Jetzt machen wir das anders, so strecken wir nur die Hand aus. Jetzt gehen Sie dahinter, Sie bleiben dort. Jetzt klicken Sie mal nach unten, Sie mal nach unten, Sie mal nach unten, gehen Sie mal nach unten, jetzt drücken Sie mal nach unten, jetzt drücken Sie mal nach unten, da unten auf der Auge. Wir haben hier Hande dicken Fühlen, Synapsen entstehen Tagenzahlen. Jetzt drücken wir und drehen, drücken Sie mal nach unten und sagen, was dann, guten Tag. Dazu brauchen Sie aber drei, fünf, sechs Versuchen, ist das unfallfrei passiert. Wir machen das nochmal. Genau, das ist die gewohnte Richtung, wollen wir aber gerne drehen, die Läufe. So, Daumen, Daumen, drücken, drehen, schön hoch, gerne probieren. Jetzt mal ausprobieren, was probieren. Einmal machen, wenn man sich dann völlig sicher. Weil ich finde schon langweilig. Ah, das ist super. So, das üben wir nach unten, komm weiter. Also, Sie brauchen die Versuche, reichen Sie aktiv, sorgen Sie dafür, was Neues entsteht in Ihren Händen. Wir haben auch hier im Smartphone. Wir haben nachher noch die Geschichte, wir haben halbfinale Fußballer, aber hier hätten wir jetzt das sehen, das möchte ich sagen. Viel Spaß und bis morgen und seht es gut, dass Sie Kontakte machen mit dem Steppel. Vielen Dank. Applaus